Sorry, jetzt ist schon 23 Uhr. Also, wir machen heute mal so einen kleinen Schnelldurchlauf, okay? Ha. Fail. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Und ich habe ja gesagt, eine Überraschung besteht davor. Okay. Ähm. Ja, also machen wir jetzt die Überraschung in John's Story 2. Ähm. Aber erstmal davor die Story. Und zwar... Ach, wobei ich gerne beides auf einmal drehen. Äh. Und zwar habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und zwar... Achtung! Es geht um einen Hintergrund, was jetzt zum Vordergrund wird. Also ein Video über was in Zukunft im Hintergrund vielleicht stehen könnte. Äh. Ich hatte ja eigentlich ein Bild gehabt und im Livestream habe ich das auch schon gezeigt. Aber ich finde, das hat auch ein extra Video verdient. Äh. Und deswegen, ja. Zeige ich euch das mal. Ja. Und zwar haben wir einmal... Äh... Tafel... Zartig nämlich Praktikum gemacht. Einmal dieses hier. Es ist rot. Es sieht ein bisschen orange aus. Aber es ist hier wirklich echt verdammt gut rot. Äh. Mal gucken, dass ich es im Livestream... Also im nächsten Livestream zeige ich davon noch ein Foto. So. Das ist auf jeden Fall das Erste. Und... Das ist das Zweite. Es sieht jetzt bloß ein bisschen blöder aus, weil ich halt... Es gegen die Wand stellen musste. Und deswegen... Aber wie gesagt, das könnte vielleicht im Hintergrund stehen. Und... Jetzt aber zu der Story von heute. Und zwar... Ich bin ja, äh... Relativ viel unterwegs, ne. Also deswegen... 23 Uhr, 24 Uhr Video. Ne. Warum auch nicht. Ähm... Und zwar finde ich... Ja... Der Tag war schön. Okay. Pass auf. Ich erkläre euch mal ganz kurz meinen Tagesablauf. Und zwar... 10 Uhr aufgestanden. Bist halt so auf der Couch gesessen. Nichts gemacht. Außer gefrühstückt halt. Und... Videos geguckt. Äh... Sehr, sehr oft das... Ähm... Video davor angeschaut. Ähm... Was ja auch sehr krass ist. Also wie gesagt, dankeschön nochmal dafür, dass ihr so toll geliked habt. Das hätte ich ja von Anfang an schon sagen sollen. Aber ich bin so mega geflasht eigentlich, dass es innerhalb von 3 Minuten schon 2 Likes hatte. Und 3 Aufrufe... Äh... Von 1 Minute. Von 1 Minute reden wir hier. Ähm... Ja, wie gesagt, ich kann es nicht fassen. Aber jetzt zu der Story. Ich labere hier heute wieder ganz schön viel um den heißen Brei herum. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Äh... Und zwar... War ich ja mit Marlon und seiner Freund unterwegs und so. Und äh... Jetzt fragen sich ein paar. John, was ist denn daran jetzt eigentlich so cool, so... Darüber in der Story zu erzählen, dass ihr unterwegs wart. Das juckt doch keinen. Ähm... Ja. In meinem WhatsApp-Status hatte ich auch schon ein bisschen gepostet. Äh... Ich... Ja. Wir hatten uns ja... Weil wir ja so eine grandiose Idee haben. Uns einfach mal Luftballons genommen haben. Äh... Dort Wasser reingemacht. Äh... Und das war echt geil. Zudem war es ja auch einfach super, weil ich wollte eigentlich die Frauen in Form von meinem Kumpel Marlon abwerfen. Aber das Ding ist einfach nicht geplatzt. Und dann wollte ich einfach so zu, äh... Anderen Kumpeln auch sagen, Ja, hier, äh... Ist ja super... Hier hält ja super viel aus. Rauchgelatscht. Puff. Geplatzt. Yo. Ich werd mal die Scheiße machen müssen. Lotto auftreten. Wobei man platzt ja eigentlich... Ne, jedenfalls war das echt ganz toll. Wir sind ja einfach am Weinheim gewesen und so weiter. Also jeder, der in meiner Umgebung ist, der weiß auch, was der Weinheim ist. Äh... Die Platte sind sie gelegt. Äh... Und zwar... Ähm... Irgendwie mit Wasser zu befüllen. Und dann haben die Mädels für uns halt zwei Tüten Luftballons geholt. Aber wie gesagt, eigentlich war das dann, äh... Äh... Ja... Wie gesagt, war eigentlich relativ cool. Da war ich noch mit Dodo heute ein bisschen baden. Äh... Und dann war ich noch bei Alex. Schöne Grüße gehen an Alex raus. Ähm... Hab noch ein bisschen gequatscht und so. Da geh ich morgen auch noch mal ein bisschen baden. Vielleicht vlogge ich auch. Aber... Naja, ich weiß nicht, ob ich vlogge. So krass ist, keine Ahnung. Ja, jedenfalls haben wir erst 23 Uhr oder halb zwölf. War jetzt so ein kurzer Durchlauf. Ja, es ist auch abends bis nachts. Also... Sorry, wenn das Video schlechter ist als das vorher. Aber das Video ist unlustiger. Ich weiß das jetzt schon. Weil... Da fehlt einfach dieser Gas. Ist einfach... Ist einfach so. Ja... Also, was soll ich jetzt groß noch sagen? Ähm... Wir kommen wieder auf 5 Minuten. Das finde ich sehr spitze. Haut da rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ne, soweit wie ich weiß, habe ich nichts vergessen. Und wenn nicht, äh... Gündige ich das einfach im nächsten Video an. Haut da rein. 5 Minuten sind voll.